Das war jetzt nicht so lange. Ich mache am besten gleich mal das große Finale. Das ist wichtig. Ich mache mir die Vorbereitung. Sie, sie muss sich für alle Schmerzen sie hat mir gemacht. Insofern, wir bleiben uns auf unsere Beobachtung gegen irgendwelche Überraschungen. Ich weiß mein Bruder gut. Er niemals vorbereitet für Krieg, wenn er keine Chance hat, zu gewinnen. Findet ihr, dass ich ein Dämon ist, macht keine Unterschiede. Ich habe nicht all diese Weise gekommen, um zu verlieren, so nah an das Ziel. Wenn ich dich alle diese Dinge fragen möchte, ist es für dein eigenes Wunsch. Du bist die gute Arbeit, ich verstehe. Aber ich sage dir, keep dein Geist auf. Jeder ist eher auf dem Weg, gerade jetzt. Ich mache mich nicht, Dirichet. Du bist kein Match. Trust yourself. It's all already in there. Episode 5 Schachmat Tch 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 von unserer Team. Ich werde sie in Ordnung halten über die nächsten Stunden. Aber ich brauche Sie, wie kann ich das sagen, zu versuchten die Mitglieder der Gregorys Gruppe. Was bedeutet das genau? Sie werden freiwillig, mein Kind. Versuchten sie alle. Use alle möglichen Worte imaginable. Aber keine Füßigkeit. Wir müssen das sehr, sehr klar sein. Sie müssen sie alle auf unsere Seite bringen. Du kannst das tun. Ich weiß es. Sehr gut, Vater. Jetzt geh! Komm zurück und sieh mich, wenn du fertig bist. Ich werde dann weg. Tja, nichts Neues zu lernen. Ach, das kann ja nur in die Hose gehen. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr euch für Gregorys oder für Mortimer entschieden hättet, denn... Ihr habt es ja alle gehört, was... Die Frau Mortimer will quasi Demokratie im Fortschritt voranbringen, während Gregorys eher die Monarchie bevorzugt. Gefährliche Liebschaften? Gefährliche Liebschaft... Oho. Olala. Okay, ich weiß jetzt gar nicht, wissen wir das war, aber... Ach, von Wollner. Das kennen wir schon. Scheint nichts Neues zu sein. Ich trau dem guten Wollner nicht. Was hat dieser Mistkerl vor, der uns vergiften wollte? Okay, hier scheint nicht wirklich was zu sein. Ah, Honig. Sofort nehmen. Mensch, wir brauchen Drogen. Oh ja, Gold-Elixier, immer schön. Ja, Bernsteinstücke könnte ich auch gebrauchen. Okay, im Wesentlichen habe ich den jetzt gelandet. Ach, bei Washington. Hm. Herr Präsident, ich warst du für dich. Well, und ich, du, würdest du es glauben? Was auf der Erde bist du jetzt? Du machst mir meine Meinung für die Vöge der Konferenz, und dann geht's dich um, um sich zu ändern? Ja, ich verstehe, ich verstehe, dass du dich überrascht hast. Entschuldigung, aber es gibt noch neue Entwicklungen seitdem. Was bist du denn? Ich spreche nur die Golden Order, und verabschiede meine Mutter. Ich habe mich sehr schweres, aber ich muss sie über alles aufzuhören. Das ist genau das, was ich versuchte dir, Louis. Sarah hat Lord Mortimer's Projekt aus dem Anfang gehalten. Ja, ich erinnere mich sehr. Na gut, okay. Probierst zu hören und mehr in mich in die nächste Zeit, nicht wahr? Meine Erfahrung wird dir sehr gut für dich. Ich muss wieder aufmerksam sein, aber es ist nicht zu lange. Ja, genau. Das ist die letzte Zeit, dass du mich in irgendwelchen Schenken steigst. Du wißt, dass du mit den Städten der Nationen spielst. Für die Liebe. Du bist richtig, Herr Präsident. Ich kann mich nicht genug entschuldigen. Bitte zurück. Natürlich, ich zurück. Aber von jetzt, bitte raus aus deinen Scheinern. Ich versuchte, Herr Präsident. Und versuchte... mit einer Meinung. Okay, das war leicht. Okay, das war leicht. Von Wollner waren wir gerade. Von Wollner waren wir gerade. Da war er ja nicht da. Soll ich jetzt echt jetzt alle habsunier? Mr. Johann von Wollner. Wir sind nicht von Neon Bonnevard. Das war's. Was in don't worry, thank you and did you manage to speak to Mortimer one moment I'd rather continue our discussion away from any curious eyes follow me next door please you wanted to know if we spoke well let's just say he didn't stick around long but yes I can definitely say we spoke and did he go all right I imagine you spoke about yourselves he confirmed what Sir Gregory told me that he really is my father that he didn't know I was his daughter until a short while ago and well how are you did you take it all right to be honest I don't know I feel like I've lost all my bearings and what about me then do you trust him what exactly are you playing it what do you mean why are you asking me all these questions ah all right you still don't trust me do you you think I'm interrogating you look we may as well stop right here in that case after everything we've been through together I can see you still don't trust me it's nothing new either you didn't want to tell me about the relationship between Sarah and my sister when you found their letters in the tower room please leave me now I would like to be alone come on don't take it like that I'm asking you to leave wait are you just mann 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 damn it I need we get a chance to talk to her about the conference that's going flott duke manuel godoy ich habe das ungute gefühl wir haben es uns jetzt wirklich mit dir verscherzt duke manuel durichet i am surprised you dare speak to me come now my lord duke i hope so gregory will make you sorry for betraying him in politics one must know how to play the ball on the bounce this might be hard for you to believe but things have changed what are you implying well it would indeed be an honor if you'd allow me a moment to persuade you in turn a powerful man like yourself cannot rishet stop playing your little games with me flattery will get you nowhere i just wanted to be agreeable to me i suppose well i am not impressed no really is that all you have right let us save time and stop the charade louis in all friendship i must say this conference has allowed you to learn from the very best but you are going too fast just in my opinion damn it's no good i haven't persuaded him you are going to have one more minute that's enough louis i have already stretched sir gregory's recommendations by branding you these few minutes enough is enough i bid you good luck i bid you good evening and may the best man win yes we shall see well fuck at this rate louisian is likely remain spanish forever that's enough kurishi i told you that i did not have time for you i will ask you to leave me alone i will ask you to leave me alone i will ask you to leave me alone hmm you have to think about that one golden elixir consume without excess oh here is something else i will ask you to leave me alone i will ask you to leave me alone ladies and gentlemen oh my god 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 i shouldn't really louis as you can imagine rest assured i come just as a friend no matter how i look at it between my affection for you and the confidence i can't hide my disappointment at your changing side louis Mit all due respect zu Lord Mortimer, wie könnt ihr ihn so folgen? Ich verstehe deine Verzweiflung, Herr Eminence, aber ich habe gute Grund, zu. Es hat nichts zu tun, aber... ... du... ... du kamst mir in meinem Zimmer ein paar Stunden vor, hast du? Erinnerst du nichts? Oh, nein. Nein, ich bin sorry. Du musst mich verletzen. Ich habe zu Herrn Mortimer gesprochen in seiner Studie. Ich... ... ich muss es dann erwarten, dann. Es scheint so real. Don't blame yourself, Herr Eminence. Wir sind alle verletzten. Ich kann das. Das ist sehr nett, Louis. Ich weiß nicht, was mit mir ist, aber ich fühle mich eher fröhlich. Der Schmerz ist, dass ich ihn etwas verletzt habe. Es wäre eine gute Idee, wenn ich ihn ein bisschen verletzt habe, bevor ich ihn zu verändern. Oh, was du von mir aus? Erinnerst du, Herr Eminence? Erinnerst du hier, aber ich bin hier, in meinem Zimmer. Und du kamst mir zu sehen. Dann wurde es all verletzt. Ich weiß, dass Herr von Volner hier war, auch. Er... Nein, nein. Es ist nicht möglich. Was er machte? Er hat versucht, mich zu verletzen. Dammit. Er hat die Erinnerung, was er passiert. Herr Eminence, Sie haben keine Worte zu bemerken. Ich bin hier in fronte von Ihnen, in Perfect Health. Ja. Ja, Sie sind richtig. Du hast wahrscheinlich nur ein bisschen verletzt. Overworked, das ist alles. Das ist alles. Nur ein bisschen verletzt. Anyway, danke für die Verletzungen. Bitte verletzt mich, Louis, wenn ich deine Zeit verletzt habe. Du kamst mir zu sehen, über die Konferenz, ich denke. Und hier gehe ich, rambling über, äh, ich weiß nicht, was Nassau ist. Keine Chance, Herr Eminence. Ich denke nichts davon. Was wolltest du mir über das sprechen? Gut, Frau. Jetzt müssen wir ihn niemals verletzen, um seine Meinung zu ändern. Herr Eminence, die Wahrheit ist, ich komme, dich zu überzeugen, dass die Verletzungen von Gregory nicht so sehr ist. Und wenn wir, ich werde dich gleich da verletzen. Ich bin von all diesen politischen Verletzungen. Verletzungen. Wenn das nur Grund für Ihre Zeit ist, dann würde ich lieber das Verletzungen stoppen. Ist es noch etwas anderes ich kann dir helfen? Nicht das falsch machen, Louis. Aber ich würde mich auf meine eigene. Wie schon gesagt habe, ich hätte nicht sogar den Tür zu dir geschlossen. Und ich bin überrascht. Ich werde nicht verletzungen für die Konferenz. Ich bin sorry für dich. Ich... Ja, ich bin sorry. Please excuse me, I didn't mean to bother you. I'll be on my way now. Damn it. I'll have to tell Mordor that I didn't manage to convince Piaggi. Tja, das... Ich glaube bei Volna werden wir genauso viel Pech haben, also... Oh... Ich frage es nur, wo ist der Typ? Wo könnte Johann sein, also? Herr Johann von Wunder. Also, welches Chaos hat Louis gemeint? Das ist genau so aus wie immer hier. Oh, das ist nicht so aus. Okay, jetzt muss ich noch ein paar Sachen machen. Oh, was ich sicher? Ich könnte mich nochmal fragen, weil ich die Klaue habe. Ja, das ist ein paar Sachen. Ich kann mich viel auf die Klaue nehmen. Ich kann mich nicht mehr auf die Klaue nehmen. Ja, das hatten wir auch schon alles.